Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Vogt war im großen Interview. Genau, die Stuttgarter Zeitung hat Klaus Vogt interviewt. Carlos Urbina war wieder dran, hat seine Fragen eingereicht, Sebastian. Und ich kann euch schon mal sagen, es wird heute, Sebastian hat es ja vorhin schon angekündigt, nicht so kontrovers. Aber es gibt ein paar Aussagen, die wir thematisieren wollen, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Da muss ich doch noch mal kurz was loswerden. Also ich finde es völlig okay, dass jemand mit meiner Meinung dann nicht so konform geht, wenn ich irgendwas in Adrigon-Interviews lese oder rauslese, was andere nicht sehen. Völlig okay. Das muss man so nicht sehen. Aber zu kritisieren, dass wir das besprechen, fand ich nicht so top, weil wir es eigentlich immer so gemacht haben, dass wenn sich VfB-Funktionäre geäußert haben in größeren Interviews, dass wir die Passagen, die wir interessant finden, rausgenommen haben. Sebastian hat die dann immer ganz toll vorgelesen und wir haben dann über die Inhalte gesprochen. Und das war schon immer die Herangehensweise. Und wie gesagt, dass man das dann vielleicht anders interpretieren kann, als ich das getan habe, ist das eine. Dass man aber an sich jetzt auf einmal anfängt, mir vorzuwerfen, dass ich da absichtlich mir Interviews raussuche, um den Rainer Adrion so ein bisschen zu beschmutzen. Das ist Quatsch. Wir machen es immer so, auch heute mit Klaus Vogt. Was uns wichtig ist, ist, dass ihr wirklich immer das komplette Zitat von uns bekommt, das uns wichtig ist. Und dass wir nicht nur irgendwie zwei Sätze rausziehen. Deswegen dauern diese Besprechungen auch immer relativ lang. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, denn komplette Absätze zu hören, um sich dann selbst ein Bild machen zu können. Und das ist auch unser Anspruch, euch dieselben Informationen zu vermitteln, die wir haben und darüber dann zu diskutieren. Und dann kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden. Sebastian, Klaus Vogt ist das Thema. Und du darfst wieder vorlesen. Das freut mich jetzt schon. Da kann ich mich kurz zurücklehnen und dir zuhören. Das ist immer toll. Und die Frage, die ihm als erstes gestellt wurde, war, was können Sie derzeit noch tun als Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten beim VfB Stuttgart zu erhöhen? Genau. Und Klaus Vogt sagte, in meinen Funktionen bin ich generell ja weit weg vom Sportlichen. Als Aufsichtsrat können wir derzeit für Ruhe in und um den Verein herum sorgen. Wir können dem Trainer, dem Sportdirektor und dem Sportvorstand den Rücken stärken. Und wir können schauen, dass wir den Rahmen schaffen, sodass zum Beispiel noch ein Stürmer verpflichtet oder ein Trainingslager absolviert werden kann. All das haben wir zuletzt ermöglicht und machen es auch weiter. Und das sage ich jetzt so, also ich hoffe, es klingt nicht problemisch. Ich sage es jetzt einfach so neutral, wie es nur geht. Das klingt jetzt schon ein bisschen anders als vorige Woche bei Rana Adrien. Findest du nicht? Da gebe ich dir sofort recht. Ich weiß nur nicht, ob das beabsichtigt war, dass es letzte Woche anders klang oder ob die Aussage wirklich die gleiche sein soll. Aber ich gebe dir recht. Es klingt anders, ja. Ja, und ich sage mal so, dass diese zwei Interviews jetzt stattfanden, das ist kein Zufall. Da lege ich mich jetzt schon fest. Also das ist einfach kein Zufall. Punkt. Ist meine Meinung. Ihr könnt es anders sehen. Ist völlig okay. Und ich sage auch nicht, dass es schlimm ist. Ich sage nur, es ist kein Zufall. Genauso wenig war es übrigens Zufall, dass Ende November Sam Missenthardt dieses Interview gegeben hat. Natürlich ist es kein Zufall, denn der VfB hat eine fast schon historische Sieglosserie, ist stark abstiegsgefährdet. Und genauso wie wir darüber diskutieren, ist der Trainer noch der Richtige, diskutiert auch der Aufsichtsrat. Der große Unterschied, die können ihn theoretisch rauswerfen im Gegensatz zu uns. Und insofern ist es natürlich dann klar, dass die Presse dann mal beim Aufsichtsrat mal nachfragen, indem man so ein bisschen auf den Zahn fühlt, wie da denn so die Stimmungslage aktuell ist. Also deswegen ist es natürlich klar, dass sich solche Sachen jetzt mehren. Und nach der nächsten Niederlage wieder jeder gefragt wird, ob denn der Materazzo noch fest im Sattel sitzt. Das gehört ja auch mit dazu, wenn Klaus Vogt davon spricht, dass man praktisch für Ruhe sorgen möchte. Also diese Interviews, wo man dann klipp und klar sagt, wir stehen hinter Trainer, hinter dem Weg. Also für uns gibt es ja überhaupt kein Thema. Wir wollen nicht irgendwie so reagieren wie früher. Wir wollen das durchziehen. Das gehört halt auch dazu, um Ruhe zu schaffen. Denn du merkst ja, wenn er Missenthardt sagt, also ich bin bereit, auch in die zweite Liga mitzugehen, dann heißt es im nächsten Artikel, ja, da gibt sich ja hier einen Freifahrtschein. Also du brauchst dann wieder Klaus Vogt oder von mir ist auch Rainer Adrian, die dann sagen, ja, wir gehen das Ding halt mit, mit den Jungs. Also wir wollen auch, dass Materazzo und Missenthardt hierbleiben. Was übrigens dann auch nicht bedeutet, dass man am Ende der Saison sich nicht zusammensetzt und über die Fehler diskutiert. Weil, ist ja auch klar, wenn du auf Platz 17 stehst mit drei Punkten Rückstand auf Augsburg, dann lief irgendwas falsch. Genau, und das ist klar, vor allen Dingen episches Verletzungspech, aber das ist nicht der einzige Grund, warum der VfB da steht. Schiedsrichter sind auch gewohnt, klar. Schiedsrichter, klar, einfach nur Pech, alles. Nee, aber es sind natürlich überall Fehler gemacht worden und die muss man natürlich nach der Saison aufarbeiten, also egal, in welcher Liga es dann weitergeht. So sieht es aus. Und der Urbiner gibt sich auch nicht mit dieser, ich sag mal, sehr, sehr präsidialen Antwort von Klaus Vogt zufrieden, denn er fragt nach, es steht verdammt viel auf dem Spiel. Manchmal hat man den Eindruck, dafür geht es beim VfB vielleicht zu entspannt zu. Bevor du die Antwort jetzt von Klaus Vogt vorliest, erst mal die Frage von mir. Hast du das Gefühl, dass man beim VfB zu sorglos mit der aktuellen Situation umgeht? Ist dir das zu ruhig? Nee, ist es nicht, aber ist natürlich für einen VfB-Fan komplett ungewohnt, dass da noch nicht die Hütte brennt und jeden Tag irgendein Interview kommt und da mit Scheiße geworfen wird und einer auf den anderen losgeht. Das kennen wir halt nicht. Und das ist natürlich schon etwas befremdlich, aber ich finde nicht, dass man zu sorglos damit umgeht, weil ich das Gefühl habe, dass alle, inklusive der Spieler, da habe ich jetzt auch den Eindruck, bis hin zum Aufsichtsratsvorsitzenden genau wissen, wie verheerend so ein Abstieg ist. Thema wieder angesprochen mit 2. Liga, Zuschauerrückgang, durch Corona auch und so weiter. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem werden kann, wenn man runtergeht und dass man alles dafür tut, drin zu bleiben, außer vielleicht den Trainer rauszuwerfen in einer aktionistischen Maßnahme. So, und jetzt darfst du vorlesen, was Klaus Vogt auf diese Frage geantwortet hat, ob es hier beim VfB in der aktuellen Situation nicht viel zu ruhig sei. Das sieht vielleicht nach außen so aus. Intern führen wir natürlich konstruktive Gespräche und unterstützen, wo wir können. Aber wir werden nicht hektisch und wir bedienen auch nicht die branchenüblichen Mechanismen. Wir bleiben ruhig und konzentriert, weil wir überzeugt sind, dass dies der bessere Weg ist, um die Klasse zu halten. Wir wollen in der ersten Liga bleiben und alle Beteiligten bei uns tun alles dafür. Ja, auch da wieder ein schöner Satz oder ein schöner Absatz drin, muss man sagen. Also mir gefällt es gut, wie er sagt, wir werden nicht hektisch und wir bedienen auch nicht die branchenüblichen Mechanismen, weil auch das ist ja eine Botschaft. Also damit sagst du halt, nee, wir reden jetzt halt nicht über den Trainer aktuell. Weil wir der Meinung sind, es ist der richtige Trainer und es wäre auch der richtige Trainer in der zweiten Liga. Das heißt natürlich nicht, dass diese Sichtweise sich noch ändern kann. Ganz klar, aber Stand jetzt sehen wir einfach da keinen Handlungsbedarf, sondern wir sehen andere Faktoren, die da vielleicht eine größere Rolle spielen, warum der VfB steht, wo er eben steht. Und ja, also Vogt wird ja im weiteren Verlauf des Interviews immer mal wieder nachgefragt, was passiert denn eigentlich, wenn der VfB jetzt gegen Bochum, also ich muss dazu sagen, das Interview wurde vor dem Bochum-Spiel geführt, was passiert, wenn der VfB jetzt gegen Bochum verliert, was passiert, wenn der VfB gegen Hoffenheim verliert. Und ich finde, wie Klaus Vogt darauf reagiert, ist einfach sehr präsidial, sehr angemessen. Ich finde es einfach richtig gut, wie er sich verkauft als Präsident in dem Moment. Er macht es einfach richtig. Und mir gefällt diese Entschlossenheit und auch die Glaubhaftigkeit, die er in diesem Interview so ein Stück weit vermittelt. Und du hast wirklich den Eindruck, als wäre man da unten in der Mercedes-Straße eine Einheit. Und dann sieht man vielleicht auch, was mir beim Adrian-Interview gefehlt hat. Und da hatte ich einen anderen Eindruck danach. Da hatte ich das Gefühl, dass die eine Seite das möchte und die andere Seite das. Also für mich waren da zwei klare Fronten. Für mich waren da, es gibt ja nur eine Fronte, wie nennt sich das denn, zwei klare Parteien waren da für mich herauslesbar. Und das habe ich jetzt bei Vogt nicht. Nee, genau. Also es scheint schon ein klares Bekenntnis zu sein zur sportlichen Führung, die man aktuell hat. Und das ist ja das, was ich gesagt hätte, was ich mir nach dem Spiel gegen Bochum eigentlich auch wünsche. Das kam jetzt quasi schon vor dem Spiel gegen Bochum. Also ein Statement oder ein Bekenntnis des Aufsichtsrats zu einem oder zu anderen Weg, den man gehen kann mit der sportlichen Führung, die aktuell da ist oder ohne. Und so wie ich das jetzt rauslese, ist man sich jetzt auch eigentlich im Aufsichtsrat, scheint man sich einig zu sein, dass man, solange jetzt irgendwie keine Vollkatastrophen mehr passieren, also der Platz ist eine Vollkatastrophe, aber solange die Mannschaft so spielt wie jetzt gegen Bochum, sagt, okay, der Trainer ist der Trainer. Ja, also er sagt ja auch noch einen wichtigen Satz, im Nachhinein kann man alles anders bewerten, zum jetzigen Zeitpunkt aber sage ich, wir machen vieles richtig. Also das ist ja, muss man sich das vorstellen, der VfB steht auf Platz 17. Ja, es ist ein Bold Statement auf Platz 17 stehend, aber... Überhaupt, stell dir mal vor, Dietrich hätte so eine Aussage getroffen. Ja. Ja, 2019. Das wäre dem komplett in die Ohren geflogen. Das zeigt ja schon durchaus, es ist nicht nur der Satz, den er da sagt, sondern er lebt das oder der VfB lebt das mit ihm. Und das ist, finde ich, schon ein Paradigmenwechsel, kann man sagen. Also es ist einfach bemerkenswert, dass du das in der Klarheit so sagen kannst und dass das auch akzeptiert wird. Ja, genau. Und du hast natürlich auch als Rückendeckung dann Umfragen, die es ja gab, also wie macht man Matarazzo weiter oder nicht und dann stimmen mehrere tausend Fans ab und zwei Drittel sagen, ja, weitermachen. Also es gibt natürlich auch dann dem Aufsichtsrat so ein bisschen Rückenwind in der Entscheidung für Kontinuität. Unterstellst du ihm da jetzt so ein bisschen Opportunismus? Nö, aber ich finde, wenn die... Ich meine, das ist auch nicht so böse. Nein, aber ich glaube, wenn jetzt so eine Umfrage gestartet worden wäre, die wäre genau andersrum ausgefallen, dann wäre sowas natürlich deutlich schwieriger. Dann ist es doch Opportunismus. Ja, aber wenn du sagst, er äußert sich halt präsidial und ein bisschen politisch und so weiter, dann ist man immer ein Stück weit Opportunist. Das stimmt. Ich überlege nur gerade, ob du das dann in dem Moment auch so voneinander trennen darf. Also ob du jetzt dann wirklich die Meinung der Fans berücksichtigen musst, wenn es um den sportlichen Erfolg des Vereins geht. Eigentlich muss man ja sagen, der Präsident ist der oberste Repräsentant des EVs. Ist er jetzt Präsident oder ist er jetzt Aufsichtsrat? Nö, er ist beides. Er ist immer beides. Ja, aber das ist ja ein Problem. Nee, klar. Aber ich weiß, was du jetzt sagen wolltest. Aber eigentlich musst du jetzt die 70.000 Fans fragen, Materazzo raus oder nicht raus. Dann stimmen die ab, dann sagen 60 Prozent, der bleibt drin. Und dann muss er eigentlich in den Aufsichtsrat gehen und sagen, also die Fans haben gesprochen, wir machen so weiter. Eigentlich. Wenn du es so machen würdest, hätte es aber... Natürlich. Problematiken, da machen wir uns gar kein Bild vor. Also sollte es mal solche Zustände geben, ich lasse mich kaufen. Ich wollte es nur sagen, mit einem Schal habt ihr meine Stimme. Nein, aber ich meine, solche Sachen lassen sich halt einfacher sagen, wenn man weiß, die Stimmung ist eher pro Kontinuität. Das stimmt. Ja, lassen wir das mal so stehen. Obina fragt danach, sind denn in den Gremien des Vereins noch alle überzeugt vom eingeschlagenen Weg mit den handelnden Personen? Seine Antwort? Wir sind alle überzeugt davon. Es geht immer nur um unseren VfB. Der Verein ist größer als jeder Einzelne. Das ist natürlich die absolut richtige Antwort, Herr Vogt. Aber auch clever mit der Fluchttür. Der Verein ist größer als jeder Einzelne. Muss er aber genauso sagen. Also das ist, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nichts hineininterpretieren. Ich möchte nur dazu sagen, dieser Zusatz, der Verein ist größer als jeder Einzelne, ist natürlich dann die Option, dann irgendwann zu sagen, ja, es ging halt nicht mehr. Musst du dir, wie gesagt, offen lassen, diese Tür. Eine Frage, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die habe ich mir auch gestellt. Und zwar fragte Carlos Urbina, der Sportvorstand und Vorstandsvorsitzende ist in ein paar Wochen womöglich gar nicht mehr da. Ist Thomas Hitzesberger noch entscheidungsfreudig? Haben wir vorhin schon thematisiert. Und er sagt natürlich, Thomas hat sich committed, bis zu seinem Vertragsende für den VfB alles zu geben. Und das macht er auch. Wie siehst du es? Ist das ein Problem, dass der VfB in dieser schwierigen Phase jetzt von einer Lame Duck geführt wird? Weil das unterstellt ja Carlos Urbina so ein Stück weit, dass Hitzesberger eine Lame Duck sei, der eben nicht mehr so entscheidungsfreudig ist, wie es vielleicht sein müsste in der aktuellen Situation. Ist das ein Problem? Ja, ich finde es ist ein großes Problem und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob er entscheidungsfreudig ist oder nicht. Stell dir mal vor, er wäre entscheidungsfreudig und sagt jetzt, Leute, ich werfe jetzt ein bisschen Tartamenterazzo raus, aber ich bin in zwei Monaten auch weg. Das ist natürlich ein Riesenproblem und das liegt gar nicht an Hitzesberger, sondern daran, dass er geht. Wir haben ein strukturelles Problem, dass du halt, was die sportliche Kompetenz angeht, komplett blank sein könntest, weil er halt einfach geht und weil der Nachfolger in den Startlöchern steht. Und wenn ein Werle im April anfängt, dann kann Thomas Hitzesberger jetzt ja nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, sagen, ich bin dafür, wir fangen jetzt nochmal neu an mit Bruno Labbadia oder so. Das kann er ja schlichtweg nicht machen. Und das ist jetzt unabhängig von seiner Position aus meiner Sicht natürlich ein Problem. Sehe ich ganz genauso. Also es wird, glaube ich, dann in der Rückschau noch ein größeres Problem werden. Also sollte der VfB absteigen, werden wir, glaube ich, über die aktuelle Situation in der Vereinsführung nochmal anders diskutieren, als wir das jetzt aktuell tun. Weil jetzt, klar, ich sage auch, ja, ich finde es schon gut so, wie man das macht mit Matarazzo und Missentat, dass die beide weiterarbeiten dürfen aktuell und dass es da eigentlich keine Diskussion gibt. Aber ich bin mir sicher, sollte der VfB absteigen, oder noch blöder, der Werle kommt, man entscheidet sich plötzlich dann doch für einen anderen Weg, ist ja theoretisch möglich, wechselt den Trainer, auf einmal läuft das, aber es reicht nicht mehr. Dann wird man sich die Frage stellen hier in Stuttgart, ja, hätte der Hitzesberger nicht früher reagieren müssen oder wer auch immer. Ja, absolut. Also es ist einfach ein Problem, dass genau in dieser Scheißphase dann auch noch der wichtigste sportliche Entscheider mehr oder weniger, da kann man schon so sagen, halt diese Lame Duck ist. Genau, und das nicht, weil er nichts mehr macht, sondern weil er halt nichts mehr machen kann auch. Ja, genau. Egal, was er macht, es kommt halt blöde rüber. Wenn er bleiben würde und hat Vertrag noch wie sonst, dann könnte er sagen, okay, ich werfe alle raus, aber ich bin noch da und ich kümmere mich darum, dass es halt weitergeht, aber das ist halt nicht gegeben. Und er kann ja nicht Leute rauswerfen, dann selber gehen und dann muss der Aufsichtsrat wieder einen Trainer bestimmen oder so. Das geht nicht gut. Macht er nichts, wird ihm vorgeworfen, dass er nichts macht. Handelt er, heißt es ja, jetzt handelt er und er ist in zwei Wochen weg oder in zwei Monaten. Ist ein Problem. Und deswegen ist auch die nächste Frage, die gestellt wird, wie geht es mit dem Posten des Sportvorstands weiter, wenn Thomas Hitzesberger den VfB irgendwann verlassen hat? Und Klaus Vogt sagt, das wird dann entschieden, wenn es soweit ist. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass wir, wie in den vergangenen Jahren, dann mit einem Dreiervorstand weitermachen wollen. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an Klaus Vogt habe in diesem Interview, denn hier wünsche ich mir einfach mehr Klarheit und Offenheit. Denn für mich ist es unvorstellbar, dass sich der Aufsichtsrat noch nicht entschieden hat, ob man den Sportvorstandsposten neu besetzen möchte. Das ist für mich unvorstellbar. Du wartet doch jetzt nicht, bis Thomas Hitzesberger weg ist und machst dir dann darüber Gedanken, ob wir einen neuen Sportvorstand brauchen oder eben nicht. Also diese Entscheidung, und wenn das so ist, ist es falsch. Das muss schon längst entschieden sein, finde ich. Ich vermute aber, dass man hier so ein bisschen auf Zeit spielt, weil der Aufsichtsrat halt auch weiß, dass ein neuer Sportvorstand Konfliktpotenzial birgt. Und statt wirklich klar hinter der getroffenen Entscheidung zu stehen, laviert man ein Stück weit rum, behauptet, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Und das ist für mich nicht so offen und ehrlich und aufrichtig, wie ich mir das wünschen würde. Oder hältst du es für möglich, dass man sich noch nicht entschieden hat, ob man diese Position neu vergeben möchte? Das darf ja nicht sein. Also das wäre unprofessionell. Du musst ja wirklich sagen, sobald der Hitzesberger sagt, ich bin weg, dann muss man doch überlegen, also ersetzen wir ihn eins zu eins oder wollen wir einen Sportvorstand und Vorstandsvorsitzenden? Soll das eine Person machen? Also ich muss doch erstmal wissen, wie ich es machen will, bevor ich überhaupt nach Personen gucke, die das dann ausfüllen können. Und dass man das jetzt immer noch nicht weiß, finde ich seltsam. Also sollte man unabhängig von Personen doch wissen. Und wenn man dann sagt, wir wollen das machen, aber wir finden keinen, okay, aber du musst doch erstmal die Strukturen schaffen oder dir vorstellen, die du dann halt mit Personen füllen willst. Und das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ja, das ist auch wieder ein Stück weit Opportunismus in dem Moment. Weil du halt wirklich sagst, bei mir kommt es so an, dass man einfach jetzt noch nicht diese getroffene Entscheidung bekannt geben möchte, weil man einfach befürchtet, dass die eben nicht so populär ist. Denn eins ist auch klar, wenn es Sven Müsintat wäre, der neue Sportvorstand, müsste man ja jetzt nicht noch irgendwie lang rummachen. Also warum sollst du das jetzt irgendwie lang hinter Berg halten? Das wäre halt einfach auch nochmal ein Statement. Das wäre ja fast gleichzusetzen mit der Nummer, dass man Materazzo im Aufstiegskampf den Vertrag verlängert. Wenn sie jetzt um die Ecke kommen würden und sagen, Müsintat ist unser Sportvorstand, wird nicht passieren. Denn, Sebastian, die nächste Frage, ist eine interne Lösung noch denkbar? Etwa durch den jetzigen Sportdirektor Sven Müsintat. Werden Sie ihn nochmals fragen? Allerguten Dinge sind drei. Und diese dreimal gab es bereits. Sven hat jeweils abgelehnt. Aber noch einmal, es gibt verschiedene Varianten, wie der Vorstand sich am Ende zusammensetzt. Heißklimb und klar, Sven Müsintat wird nicht nochmal gefragt. Ich könnte mir vorstellen, also ein Szenario wäre für mich, dass du Werle auch den Sportvorstandsposten gibt. Der hat jetzt vielleicht nicht die Kompetenzen, die du bräuchtest, um diesen Posten so auszuüben, wie zum Beispiel Sven Müsintat. Aber er hat halt andere Stärken. Und auf der anderen Seite könntest du Sven Müsintat trotzdem den starken Mann im Sport weiter stehen lassen. Werle und Müsintat könnten das machen, was Hitzelsberger und Müsintat gemacht haben. Denke ich auch. Ich weiß natürlich nicht, wie das Verhältnis ist, aber zumindest kann man sagen, dass Sven Müsintat kein Problem hat mit Alexander Werle als Vorstandsvorsitzenden. Er hat ihn, glaube ich, dann durchaus auch schon gut geheißen, beziehungsweise hat gesagt, hat ihn selbst mal ins Spiel gebracht, meine ich, in diesem Interview Ende November, wenn ich mich recht erinnere. Und hat gesagt, dass das eigentlich eine gute Option wäre für den VfB. Und das wäre halt eine Variante, um aus der ganzen Geschichte so ein bisschen Spannung rauszunehmen. Aber was du halt immer wieder auch aus dem Umfeld hörst, ist, man braucht ein Korrektiv. Es muss noch jemand anders mit dabei sein. Wo ich mir denke, ja, aber auf was läuft das hinaus? Das wird immer auf einen Konflikt hinauslaufen. Nicht, dass ich ein Problem habe mit einem Konflikt. Ich finde es auch gut, wenn man diskutiert. Das ist alles wichtig. Aber brauche ich da jetzt nochmal einen zweiten starken Mann, ist die Frage. Also kann ich diese Diskussionen nicht jetzt schon führen mit dem vorhandenen Personal? Oder brauche ich da jetzt nochmal einen Sportvorstand, der sich ja eigentlich dann auch immer rein faktisch über Sven Missenthal sieht, mit ihm dann diskutiert, aber am Ende entscheiden wird. Kann das gut gehen? Ich glaube nicht. Das ist einfach nur meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass das gut gehen kann. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum man die getroffene Entscheidung noch nicht bekannt geben möchte, wie man auf der Sportvorstandsposition fortfahren möchte. Denn meine erste Idee, die ich hier reingebracht habe mit Werle, die könntest du ja auch direkt kommunizieren. Dann wäre das Thema halt vom Tisch. Sozusagen der Werle ist auch Sportvorstand. Ja, wir wissen, es fehlt vielleicht einer sportlichen Kompetenz, aber er hat das ja auch eine Zeit lang in Köln gemacht. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der weiß, weiß ich, vom Drachensteigen plötzlich zum Fußball kommt. Also ein bisschen Ahnung hat er ja schon auch. Und unser starker Mann sozusagen bleibt. So würde ich es dann auch wahrscheinlich formulieren. Sven Missenthal, der für das und das und das und das und das ist schon verantwortlich. Aber ich glaube, und da lege ich mich weiterhin fest, ich glaube nicht, dass der komplette Aufsichtsrat hinter dieser Entscheidung steht. Das glaube ich einfach nicht. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das war's. Tror ist ja schon. Untertitelung des ZDF, 2020